Herzlich willkommen, neue Folgen! Let's play Pokémon Feuergrün! Let's play together Pokémon Feuergrün! Hi! Hallo! Wir sind hier im Team Shockit Hauptquartier und kämpfen gut mit diesem Typ hier! Du hast hier nicht zu zoom! Hau an! Passt wieder! Ah, Handlang! Radfrat! Ähm... Wie wär's mit... Blubber! Oh, Ruckzuck-Heap! Mist! Das Ding benutzt immer Ruckzuck-Heap und ist relativ... ...stark. Mauzi! Mauzi! Schlaub mich nicht! Mauzi! Trank! Los! Los, Trank! Deckel! Bam! Weg! Ähm... Wo gehen wir da durch? Oben! Unten! Boah! Es ist mir schlecht! Okay! Oh, das war der falsche Weg offensichtlich! Unten tue mal schauen, was jetzt passiert! Wir müssen äh... Wir müssen äh... Irgendwie zu dem... Ding dorthin kommen! Oh! Das Ding ansprechen! Was? Und... Super ein Rätsel da! Ja... Ich weiss eben nicht, ob's schon hier ist! Irgendwo... Du musst die Statuen wirklich von der Seite ansprechen! Sonst geht's nicht! Ähm... Hier durch den Teleporter! Da hat's wieder so einen Schalter! Oh! Magic! Ich weiss jetzt nicht, was der gebracht hat! Ich weiss jetzt nicht, was der gebracht hat! Da hat's auch noch einen! Easy! Jetzt sehen wir den wieder aktiviert, müssen wir den wieder deaktivieren! Oder wieder hier drücken! Dann geht's hier auf! Oh, so! Was hat das jetzt gebracht? Wieder hier! Ähm... Oh, jetzt hat's hier noch einen! Kann ich, wenn du einfach wild irgendwie... Schalter betätigen! Oh! Jetzt ist hier vorne aufgegangen! Uh! Da vorne, da ist's ein Rockettrüppel! Ähm, mal schauen... Ja... Ich gebe ihm einfach noch einen Trank! Los, Trank! Easy! Oh, ein Eindringling! Wenn ich dich stoppe, gibt es eine vierte Belohnung vom Vorstand! Easy! Sag mal, bist du irgendwie von... Einer von diesen Arschkriechen? Hehehehe! Fuh! Wer kriecht! Kann nicht stolpern! Hehehehe! Also Team, Schocket Hand! Hehehehe! Mauzi! I can come through! Hehehehe! Zegel! Nein, nein, wird nicht bis! Uff, kritisch! 90 AP! Weisohr! Ist das ein serienmässiges Weisohr hier? Uff! Ich glaube, ich werde Trank einsetzen! 50 AP! Okay, der setzt das gleiche wie vorher! Es ist das hier für einen Raum! Ich spreche mal diese Säule ansprechen! Ah, Säule kamen übrigens auch! Starr! Hehehe! Das ist der Reset-Schalter! Schalter! Soll ich ihn betätigen? Lieber nicht! Hehehehe! Ehm... Vielleicht muss man den sogar betätigen? Weiss gar nicht! Gehen wir den einfach mal hier durch! Ehm... Ehm... Hier... Keine Ahnung... Na toll! Jetzt sind wir wieder am Anfang! Hier durch! Okay, das passiert! Da passiert genau das Gleiche! Hm, hier... Ah, hier sind wir nicht mehr anders! Ehm... Super, das ist falsch gewesen! Hehehe! Ehm... Drei Stunden später! Keine Ahnung, was soll ich durch! Hier! Andere Seite einfach mal! Oh, jetzt sind wir hier! Das sind wir schon vorher gewesen! Ich gehe jetzt mal hier durch! Ohoho! Wieder dort durch! Also dann nehmen wir jetzt mal da drunter! Da geht's hier durch! Super, dann bin ich wieder am Anfang! Na toll! Ehm... Wollen wir den Reset-Starter drücken? Vielleicht müssen wir das sogar! Ja, versuch mal! Hehehe! Stürzt auch! Hehehe! Gehen wir mal hier durch! Dieser Schalter verändert rote und gelbe Felder! Möchtest du ihn bestätigen? Ja! Er hat das nicht getan! Also dann wollen wir jetzt mal schauen... Ah, ich glaube... Mal hier durch! Was passiert jetzt? Das ist genau das gleiche wieder! Ah, da kann man ja auch durch! Ah, das... Ehm! Hehehehe! Fail! Ehm... Hier! Oh! Hm! Dann sind wir wieder hier! Ah, fuck! Hier durch! Ah, sind wir hier! Dann gehen wir mal runter! Wieder am Anfang! Gott! Nimm noch mal den gleichen Weg! Also nicht davon vor! Davon! Vorhin! Vorhin! Ja! So! Ah, jetzt! Da geht's über eins! Ja, geh mal auf das Roten! Okay! Oh, da sind wir hier! Da können wir Schalter ansprechen! Dein Schalter verändert... ...felder! Oh! 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 Ah, jetzt! Moment! Nein, da könnten wir wieder zum Anfang zurückkommen! Da kommen wir wieder zum Anfang zurück! Ich drücke noch... Ich drücke noch... Ich lade noch jetzt einfach mal! Was passiert, wenn ich ihn mehrmals drücke? Okay, es passiert das Gleiche! Hm... Sehr gut! Mhm... Dann sind wir wieder hier! Äh... Was soll ich tun? Puh! Nimm mal den Ober! Oh no! Shit! Mittler... Oh! Oh! Okay, dann sind wir jetzt hier! Das sind wir auch schon gewesen! Ähm... Mal hier, nur mal zum Schuchen... Nein, das ist das Gleiche! Fail! Warte, ich sehe dich! Du musst da auf ein Gelb kaufen, das nennt auch zum Anderen... ...kommst! Ja... Mal auch da durch! Easy! Was hat das? Das bringt eigentlich gar nichts! Ja... Jetzt sind wir wieder am Anfang! Wieder einmal! Wenn wir dazu eine Lösung im Internet suchen! Ja... Schon lieber, sonst stecken wir da noch eine halbe Ewigkeit dahinter! Ja... Ähm... Ähm... Tschüss! Tschüss!